Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochs-Video. Heute ist Mittwoch und ich habe gute Laune. Ja, komisch. Als Kind habe ich immer die Mittwoche gehasst. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand mittwochs immer schlimmer als montags, oder? Warum kann es nicht beurteilen? Aber auf jeden Fall fand ich mittwochs immer schlimmer, weil am Montag war immer Serienabend. Am Dienstag kamen auch noch Kampffilme. Nein, da kam immer CSI. Und am Mittwoch war immer nur dieses Schnulzen-Zeug. Das mochte ich nicht. Ja, gut. Hätten wir das jetzt auch mal geklärt. Ich war kein Mittwochs-Fan. Heute ist Mittwoch und nachdem ich euch letzte Woche erzählt habe von den Ängsten, wollte ich euch diese Woche mal was anderes erzählen. Nämlich, ich habe mir vor kurzem ein Interview angesehen. Mach ich öfter mal. Ja, dieses andere Leutes Meinung hören kann manchmal helfen, sich ein wenig weiterzuentwickeln. Und auch einfach neue Gesichtspunkte auf Dinge zu bekommen, die man bis dato nicht hatte. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ich mir dieses Interview angeguckt habe. Und irgendwann hat da einer von denen... Ich habe gerade voll den Hänger. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es jetzt der Interviewte oder... Heißt doch Interviewte, oder? Ja, der Interviewte. Man hat dann gesagt, dass er mit Politikern geredet hat, weil er selbst eine Zeitung rausgibt, den Falter nämlich. Ich werde euch einfach den Link mit in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch das Interview auch angucken. Ist hochinteressant. Jedenfalls fand ich das, weil jetzt mal einen anderen Blickwinkel... Oh, wie schön. Und mein Hase knutscht jetzt mit unserem Telefon. Oder ins Telefon durchkraten. Nee, der knurrt da. Nicht heute habe ich ein kleines Problem. Meine Kamera, ihr Akku ist fast leer. Also habe ich zwischendrin Unterbrechungen und muss es nachher dann zusammenschnippeln. Und zusammenfügen. Das muss dann heute wohl mal sein. Gut. Auf jeden Fall hat der gesagt, dass es so ist, dass sich die politischen Themen alle drei Monate wohl eigentlich ändern. Und dass es so ist, dass es eigentlich schon faszinierend ist, dass das Thema Flüchtlinge heutzutage so unglaublich Dauerbrenner ist, dass es eigentlich normalerweise nicht so wäre. Das war jetzt sehr viel rumgestottert. Ja, aber als ich das so gehört habe, habe ich mal darüber nachgedacht, dass es eigentlich wirklich stimmt. Dass wir heutzutage in einer Lage sind, wo wir alles gefühlt über die Flüchtlingsgeschichte debattieren. Ich möchte jetzt mal echt mal kurz mich daran zurückerinnern. Also als ich fünf war, habe ich auch schon gehört, dass es viele Menschen gibt, die im Hartz-IV-System leben, die in Armutsgrenze leben, die Hungernöte haben und die nicht genug Geld haben. Aber heutzutage heißt es immer bloß, die Flüchtlinge nehmen uns das Geld weg und unsere Armen kriegen nichts mehr. Die haben auch schon früher nichts gekriegt. Also ich möchte jetzt echt nicht so sein, aber die haben auch schon früher nichts gekriegt. Und dann auch so ein beliebter Satz, den man immer hört, die nehmen uns die Wohnungen weg. Übrigens, nur um zu informieren, ich habe mir nicht in den Finger geschnitten. Ich habe mir bloß von der Nesselzucht noch einen Rest Hautlappen und den habe ich mir abgezogen. Ist nicht so gut gelaufen, wie man sieht. Ja, gut. Auf jeden Fall war es schon so, das heißt immer so gerne, die Flüchtlinge nehmen uns die Wohnungen weg. Die kriegen sofort Wohnungen, die haben sofort Wohnraum und so weiter. Und deswegen haben wir keinen Wohnraum mehr. Ich habe mich schon vor ungefähr sieben Jahren auf die Suche nach Wohnungen begeben. Und da gab es auch schon keine. Also es ist nicht so, dass es seit der ersten Zeit in den Flüchtlingen kaum noch Wohnraum gibt. Es gibt es allgemein nicht. Und es liegt nicht an den Flüchtlingen, es liegt nicht an irgendwas, sondern es liegt daran, dass wir sehr wenig bebaubaren Wohnflächen haben. Und ich habe einen Zweitvater, der Architekt ist, der kann euch davon ein Lied singen. Und er sagt nämlich auch, viele Projekte, die die allgemeinen Architekten gerade umsetzen wollen, die gehen gar nicht, weil es keine wohnbebaubaren Flächen gibt. Weil viele Leute, die Wohnraum haben oder Wohnflächen haben, die nicht hergeben, weil sie glauben, damit mehr Geld zu verdienen. Und ja, da finde ich prinzipiell finde ich das dann schon so ein bisschen unklug gedacht zu denken. Nur wenn man Wohnraum, also nur wenn man ein Gelände hat, heißt das noch lange nicht, dass man automatisch das nicht bebauen sollte. Sondern man sollte eigentlich doch den Wohnraum freigeben und dann sagen, gut, dann will ich zumindest 50% haben und dann verdient man glaube ich viel mehr. Und sonst zahlt man nur Grundsteuer und noch irgendwelches Zeug und zahlt und zahlt und zahlt. Man hat eigentlich viel weniger davon. Eine andere Sache, die natürlich auch wahr ist, ist, wir geben, mein Gott, weniger für Flüchtlinge aus als damals für die ganzen Banken, die abgesackt sind, die jetzt auch schon wieder dabei sind abzusacken. Guckt euch die Heute-Schau und so weiter an, die sagen es uns. Also man hört es vielleicht nicht in den großen, in der Tagesschau oder in den Zeitungen, aber unsere Banken sind schon wieder kurz davor, pleite zu gehen. Und damals mit den Rettungsgeldern von den Banken könnte man alle Schulen von ganz Deutschland renovieren. Hätte man gekonnt. Hat man aber nicht gemacht, weil, hey, die Bildung der Kinder ist uns anscheinend nicht wert. Obwohl die Kinder von heute die Erwachsenen von morgen sind. Also ich hätte lieber in die Kinder investiert, als in irgendwelche Banken, die dann am Ende doch wieder nach acht Jahren pleite gehen. Also wenn ihr mich fragt und nach zehn, das war ja 2008. Also wenn ihr mich fragt, war das eine schlechte Investition. Und, hey Gott, der Euro ist nicht wert, dass wir am Ende keine Schulbildung möglich haben. Also ich möchte einfach sagen, manchmal sollte man nicht nur sagen, nicht nur über die Dinge nachdenken, die heute waren oder die wir jetzt haben. Dinge diskutieren, die aktuell sind. Sondern manchmal sollte man auch einfach mal einen Blick in die Vergangenheit werfen und überlegen, kann es eigentlich sein, dass die Probleme nur an einer Sache liegen? Oder haben wir die Probleme schon länger? Und ja, sie sind vielleicht jetzt gerade aktiver. Und vielleicht werden sie mehr, weil es mehr Leute sind. Aber da waren sie schon früher. Und man hätte auch schon früher daran arbeiten sollen. Und nicht erst jetzt, wo es gefühlt der Deckel schon vom Topf fliegt. Also ich für meinen Teil bin ja jemand, ich würde mir wünschen, dass wir wenigstens aus jetzt draus was lernen. Und was auch natürlich so eine Sache ist, die man nicht vergessen darf, ist, es gab vor vielen, vielen Jahren, Ich weiß nicht, wann es war. Da hat irgendein Politiker gesagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer, damit wir irgendwas erreichen. Entschuldige, ich weiß leider nicht so genau, was es ging. Dann haben wir jetzt auch nichts. Aber ich weiß noch, dass ich es gehört habe, dass ich es aufgezogen habe wie ein Schwamm. Und jetzt habe ich nur das Halbwissen. Haben wir es mal wieder. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass der gesagt hat, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nur für ein paar Jahre, bis irgendein Geldziel erreicht ist. Und das Geldziel ist jetzt erreicht, aber die Mehrwertsteuer wird trotzdem nicht wieder gesenkt. Aber was ich natürlich einen Satz finde, wo ich nach jetzigem Stand, nach meiner subjektiven Meinung und meinem Hasen zeige, ich schmeiße gleich das Häuschen oben rein. Seid ihr da haben wir es? Ich muss sagen, dass ich es auch ein wenig vernünftig finde, was unser aktueller Finanzminister macht. Weil der sagt, ja, Deutschland geht es gerade gut. Und ja, wir könnten jetzt das Geld rausgeben und es raus ausgeben für andere Dinge. Aber der denkt auch noch an die Zeiten, wenn es nicht so gut läuft. Und das finde ich eigentlich immer eine kluge Entscheidung. Weil ich für meinen Teil, ich handhab das ja auch so. Ich bin jemand, ich denke nicht nur an heute, ich denke auch schon an morgen. Und sogar schon an meine Rente. Also, ich bin jetzt 25, da muss man an die Rente denken. Ich habe schon mit fünf überlegt, ein Testament zu schreiben. Also, manchmal hilft es einfach auch mal. Und ich finde es einfach gut und auch hilfreich, wenn wir manchmal nicht nur daran denken, was heute ist. Und nur denken, ja, heute haben wir die Gelder und so weiter. Sondern wenn wir auch mal drüber nachdenken, was ist, wenn wir die Gelder jetzt ausgeben und wir dann ein Problem kriegen. Weil dann ist das Problem größer. Was ich natürlich auch sagen muss ist, ich wäre froh, wenn wir zumindest die Gelder nicht in irgendwelche komischen Dinge investieren würden, sondern vielleicht mal in die Zukunft der Kinder, in den Umweltschutz, in Dinge, die nachhaltiger sind. Und ja, das wäre sowas, was ich mir noch wünschen würde, wenn ich mir was wünschen könnte. Oder vielleicht auch in den Tierschutz. Ja, wie wäre es denn damit? Für jeden Hasen habe ich jetzt Fisch jeden Tag eine Karotte. Start gezahlt. Wie finde ich den Satz, Leo? Eigentlich braucht es nicht jeden Tag eine Karotte. Eigentlich wird es schon jeder zweite Tag reichen, weil sonst hat man so eine hyperaktive Karnicke. Ja, das wäre aber auch schon was. Gut, das war sowas, wo ich mal meine Gedanken mit euch da draußen teilen wollte und einfach mal interessiert bin, was ihr dazu meint. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietewaldoutlook.com. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt in den Kasten bekommen habe, obwohl mein Akku leer ist. Yay! Ich freue mich. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder auf Freitag. Bis dahin. Ciao! Tchau! Bis zum nächsten Mal, ciao! Ciao! 누가 ges Kazami mit erro?